Kleine grüne Linsen, Couscous-Brühe, getrocknete Aprikosen, Rosinen, Dill, Pinienkerne, Zitrone, Olivenöl, Walnussöl. 25 Gramm kleine grüne Linsen, Klammer auf zum Beispiel, Poilinsen, Klammer zu, in reichlich ungesalzenem Was zum Kochen aufsetzen. Sobald Sie kochen, herunterschalten und etwa 12 Minuten fröhlich köcheln lassen. Sie sollten zart sein, aber noch eine nicht bis haben. 75 Gramm Couscous in eine Schüssel geben und so viel. Heißes Rühe zugießen, dass es gerade bedeckt ist. 5 Minuten beiseite Szene. PSZE-Brühe vollständig aufgesogen ist. Sog, getrocknete Aprikosen in feine Streifen schneiden. T, C1, Hüssel mit 100 Gramm Rosinen vermischen. 1 Handvoll Lill hacken, E, E, 50 Gramm Pinienkerne in eine Pfanne leicht anrösten, sobald es E anlaufen, auf ein Brett kippen und grob hacken. Unter der Ehen, E, einfaches Dressing aus 2 türkische Liege Zitronensaft, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Schuss Anusöl und etwas Salz und Pfeffer anrühren. Die Linsen ab 2 Essing wenden. Mit einer Gabel unter das Couscous-Zier-Untersprich mit der Trockenfruchtmischung vermengen. Warm oder OZEZE-Atoa servieren. Für 4 Personen, 18 dunkle Linsen müssen beim Kochen ständig beobachtet werden. E noch ein wenig Biss haben, sind sie wahrscheinlich am besten. Ich eh meistens nach 15 i 8 Minuten perfekt, aber die genaue Zeit hängt. E der Linsen ab.